Ups, ich fahre ab, dass ich mit meinem Cricket-Schläger komme. Und dann gibt es noch schön Feuerwerk. Ja, ich war wieder mitten drin. Hau ihm. Ja. Oh, da gibt es ja nicht mal Munition, ich glaube schon die ganze Zeit keine mehr. Scheiße. Rennen kann man nicht, oder? Du kannst nicht heilen, dann geht das wieder. Ah, jetzt laufe ich schneller, aber warum? Weil du dir gerade Tabletten reingehauen hast. Ich will kein Sniper-Gewehr. Charger kommt hoch. Kann man mit dem Sniper irgendwie Snipern? Ja. Wie denn? Ich hab's bei mir auf die rechte Maustaste gelegt. Ich hab's bei mir auf den Maustaste gelegt. Ah ne, das Mausrad. Aus dem Mausrad drücken? Ja. Ach, da kann man durchlaufen. Sollte mir nochmal Tabletten reinfahren. Ja, ist schön. Jetzt kriegen wir bestimmt den Erfolg, weil wir alle hier im Wasser killen oder auch nicht. Uns fehlt doch noch was außer den Sumpfbewohnern. Oh, gute Frage. Also ich weiß, dass mir zwei gefehlt haben, die Sumpfbewohnern. Ja, das mit dem Nahkampf fehlt dir. Was mit dem Nahkampf? Nur Nahkampf, das ganze Löffel über. Ja, und mir fehlen noch bestimmte Spezien, also bestimmte Viecher-Töten. Einmal Sumpfbewohner und noch welche. Oh, oh, ich hab ne Beach. Ich hab irgendwie Angst, hier lang zu gehen. Bin ich überhaupt richtig? Also, hier ist Molotow. Dann wird's wahrscheinlich hier hochgehen? Genau. Folge dem Molotow. Ah, ich weiß wo, da ist sie. Oh, scheiße. Ja, typisch der NPC. Ja. Wie immer. Kann man hier hoch? Ey, Molotow gekaufen. Wo ne Droge? Ich hab Molotows. Juhu. Wow. Oh, oh, wo ist sie denn? Einmal Drogentausch. Ist ne Rohrbombe? Kann jemand meinen Molotow haben? Wo sitzt sie ohne? Da ist sie. Jax. Ah! Hier bei mir! Danke. Hier fang. Hast ne Rohrbombe, Bitch. Toll! Was hab ich jetzt die Rohrbombe geworfen? Du Idiot! Die ist dran vorbeigehüpft. Die lag hinter ihr. Du bist ein Trampel. Okay, danke. Also ich geb dir nie wieder nen Granatenwerfer in die Hand. Ich hab ne Kettensäge, die ist viel cooler. Oh ne. Ne danke, wo ist meine Waffe? Da. Da. Ah, was Bonbons. 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 Smarties. Viele, viele bunte Smarties. Und rein damit. Ich seh ja nicht am Ende des Tunnels. Ich seh ja nicht am Ende des Tunnels. Sind vielen Hogwarts angekommen? Nein. Oh, schöne Waffe. Oh, schöne Waffe. Mach dich tot, so. Wo ist mein Granatenwerfer? Ja. Komm nochmal. Erst los knuspern. Oh, yeah. Du hast ja meistens auf dem Tank drauf gewallert. Ja, hab ich wohl. Das waren ja auch vier oder fünf Magazine. Ich hab euch gut unterstützt. Ja, total. Mit null. Ich glaub ich hab die Häuser nur durchsucht die ganze Folge bis jetzt. Scheiße. Das war's dann wohl. Oh, yeah. Damit lassen wir's richtig karten. Witch Jäger. Ich hab nur zwei Schläge auf die Witch eigentlich abgegeben mit der Axt. Mit Hilfe von Sumpfbewohnern aus der Stadt zu retten. Ah, ist Munition. Was liegt da? Nichts Interessantes. Ein Medipack. Juhu, endlich mal. Oh, nett. Ey, Jungs. Ihr habt noch ein bisschen Brummerkotze. Danke schade. Den hab ich gebraucht. Ja? Den Erfolg. Bin ich nicht ein anständiger Mitspieler? Uh, da kam es an mir vorbeigeflogen. Ah, wir sind im Sumpf. Hä? Hä? Wie hast du das denn gemacht? Oder hab ich den jetzt für dich mitbesorgt? Glaub ich eigentlich nicht. Kann das sein, dass das mit den vier verschiedenen Leuten ist? Naja, könnte natürlich auch sein. Dann hast du wahrscheinlich recht. Ich hab jetzt mal Medipack mitgenommen. Ich. Drecksau. Ja. Guck mal hier ein bisschen im Büsch. Okay, hallo. Ich komm, ich. Danke. Du spielst aber auch mit allem, was du findest, hä? Ja, natürlich. Ich guck ihm grad bei der dazu hier die Kettensäge einfach mal durch die Zombies jagt. Haha. Amen. Oh, guck mal. Da oben hängt wer mit nem MP4-Gewehr. Meins. Da, da. Äh, Charger, genau. Meint ich. Aber ich hab hier noch Splittergranaten drin. Jetzt nicht mehr. Jetzt kann ich auch das andere Gewehr nehmen. Genau das tut's. Ah, ich liebe diese Waffe. Oh, yeah. Komm her. Ah, so bedürftig aus. Hä. Da ist noch ne Kettensäge. Da ist noch ne Kettensäge. Oh, wunderbar. Ah, wunderbar. Jetzt fällt mir nur noch die Eishochge-Maske. Hier ist noch ne Machete. Hier sind Klamotten. Ach, wo war er? Wo kam der denn her? Alter, wie mir das auf den Sack geht, wenn die einen verprügeln, wie du dann zielst. Gar net mehr. Ja. Ah, danke. Kein Ding. Oh, ne Machete. Hat er dich mit meinem Medipack gehalten, ja? Ja. Ja, hat er. Da stand dein Name drauf. Ist ja auch so ne Kacknase. Ah, Zunge. Hm. Ich hab die Zunge pulverisiert. Wie immer vor meine Füße. Oh, wo ist er? Wo habt ihr den Tank versteckt? Wo habt ihr den Tank versteckt? Warte, er schmeißt alles da auf den Haufen und jagt den Tank dann da drüber. Ah, der ist draußen. Da ist er also. Er ist auf dem scheiß Flugzeug. Warte, jagt den hier drüber. Aua. Oh, ich bin gleich tot. Komm doch her, du feiliges Teil. Oh, hab ich mich jetzt selbst umgebracht? Ja. Uh. Wie die Kettensäge auf deinem Rücken. Du schaffst das. Danke. Au, au, au. Gut, dass ich nochmal Medipack hat. Oh, doch nicht. Du hast Pillen, werft sie die doch rein. Hier hinten ist extra Muni. Ich könnte auch heilen, alternativ. Waffen! Ich hab erstmal für euch was anderes. Da steht Muni. Da liegt ein Granatenwerfer, wer will. Okay. Nö, jetzt auch nicht mehr. Wo war denn die Tür? Hier. Mach dir keine Sorgen. Oh ja. Genau. Wer war das? Die kommen. Ich weiß nicht. Da vorne. Ihr habt eine Pipebump, ihr Penner. Oh Gott. Und. Juhu. Leise fliegen die Zombies. Oh, scheiße. Schleim raus da. Ich lauf doch schon. Au. Charger. Ich sehe gar nichts von brennenden Viechern. Jockey. Charger, Jockey. Ja, ich baller drei Granaten auf der Scheißvieh und der NPC. Hat das Ding so weg, ey. Ah. Nein. Oh man. Ich will nicht im Sumpf bleiben. Ach, sind das hier Sumpfbewohner? Die, die am Boden krabbeln, so halb. Ja, dann. Dann waren die das. Die war eben gut. Dann haben wir den Erfolg gemacht. Okay. Weil, den hab ich jetzt. Ah. Ich komm ja schon. Weil die hat man bis jetzt noch nicht gekillt. Also ich denke mal, das war dann der Erfolg. Danke. Was liegt denn da? Ah, Medipacks. Oh, schön. Gut, da kann ich meins ja behalten. Oh, das tut mir aber leid. Was? Hallo? Was macht der da schon wieder? Ey, du. Verschwindet. Das ist kein Bruce oder wie der andere hieß. Hier ist noch ne Kettensägel, Granatenwerfer. Oh, noch ein Medipack. Und noch eins. Ich könnte eigentlich beide Medipacks nehmen, mich komplett vollheilen. Dann hat keiner mehr was von euch. Oh. Der Geier hat Nick getötet. Nein, das war ich nicht. Das war ein Zombie. Ich hab's genau gesehen. Halte ich jetzt die M4 oder nicht? Oh mein Gott, du hast Nick getötet. Ich weine. Hier ist noch ne Kettensäge, gell? Wartet, wartet. Oh, Jockey, hinter dir. Schieß drauf. Okay. Warte. Warte, halt still. Dann schieß ich. Alter. Ach man, zu spät. Ey, Boomer. Verdammt. Ah. Ah. Wenig. Oh. Ich bin hier rein. Ah. Badabumm. Scheiß-Sumpfbewohner da. Sehen alle scheiße aus. Aua. Hängt ihn da hinten. Ach, scheiß drauf. Nick. Ach, scheiß drauf. Hey, Nick. Was geht? Ich krieg dich hin. Aber nur Spaß hat mich zu heilen, oder? Jetzt geht's weiter. Ein betatscht gerne andere Jungs. Ja, toll. Ich wollte das Medipack da nehmen und Nick hat's geklaut. Haha. Warum hast du ihn nicht in seinem Scheiß kaputt lecken lassen können? Damit er dich noch ein bisschen ärgert. Nein, Team Vogel noch auf. Der springt mir dann genau vor die Granate. Oh. Hier ist ein kaputtes Haus. Du musst zehn Sumpfbewohner im Sumpf töten. Also während die im Wasser rumschwimmen. Uh. 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 Nicht stören. Ja, würde ich ja gerne, aber... Die sterben irgendwie alle vorher. Oh. Was auch nicht warum. Ich bin am Kacken, Mann. Ich hab viel Spaß dabei. Jetzt nicht mehr. Da kommt ein Schwimmender. Ich hab ihn gesehen. Ich hab... Den hast du auch gesehen, hä? Ich wieder. Ja. Ach ne, du nicht. Hihi. Was ist denn hier drin alles? Bei Mollys. Hier gibt's Mollys. Irgendwie ist es mir hier zur Ruhe. Ich hab dir nix mehr zu erzählen. Die... 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 Ich wusste es. Die im Sumpf, die sind echt irgendwie gruselig. Die schwimmen... Die schwimmen... Irgendwie kacke. Irgendwie kacke. Ja, hallo. Hast du mal gesehen, wie die sich auf dich zu bewegen? Die gehen komplett unter Wasser und bewegen sich auf dich zu. Ja, toll. So muss das sein. Ich kann dir auch von meinem Fernsehtag heute erzählen. Oder morgen, aber... Es war halt nur der... Der eine Film, den ich geguckt hab. Dann hatte ich schon die Schnauze mit davon. Oh Gott, ey. Kettensäge. Sind wir jetzt endlich da? Wir sind schon da. Oh, hier liegt ne AK. Wer will. Ja, ein Messer! Was? Ein Messer? Ja, ich messer ne Runde! Ihr seid hier dran, Jungs. Hier vorne ist die Witch. Komm, ich messer sie. Ja, geh voraus. Da vorne, nicht hier. Jetzt hab ich die Pipebomb geschmissen. Oh, die Granate ging. Und Messer an! Weg. Ja, bin ich. Ja, bin ich. Ciao, ciao! Oi! Ich messer ich! Ich hab mich weggemessen! Irgendwie sieht das Messer cool aus. Ich wusste gar nicht, dass es ein Nahkampfmesser gibt hier. Ich auch nicht. Vielleicht gibt's ja was zu essen. Ich messer ich! Ich weiß nicht, mir gefällt das Messer richtig. Oh, zu! Uuuuh! Wir haben es mal geschafft! Wer will zu mir? Der kommt! Ich bleib draußen! Hier ein bisschen! Komm auf mein Bettchen! Hier, hopp, hopp! Oh, ja! Der klaut alles, aber ist so blöd, die Tür abzumachen. Da ist schon wieder der Spasti! Oh, yeah! Tank! 178! Profi! Hast du ja diesmal richtig Mühe gegeben bei dem. Ich bin in den Storbenabschluch! Immerhin mehr als Nick! Ja! Das ist gut! Du gemessert, nur mit Messer eingeprügelt. Die Zombies waren auch hier. Aber das Ding scheint Schaden zu machen. Ja, so ein bisschen, ne? Ein bisschen! Ich wusste gar nicht mal, dass es ein Messer gibt. Da fummelt er wieder an mir rum. Ja, Feger, du hast nicht sehr doll lieb. Hallo, ich will nicht, dass du stirbst. Ach, ich stirb doch nicht. Was habt ihr denn jetzt mit Medi-Prix hier gemacht? Wenn du tot bist, dann ist Nick derjenige, der uns alles klaut. Da lagen vier Medi-Prix. Ihr habt alle geklaut, ihr seid doch scheiße. Du hast noch eins auf dem Rücken, beschwere dich nicht. Ja, und? Hätte ich mich wenigstens vorleihen können? Nein! Ich komm gar nicht dazu, meinst du überhaupt mal zu benutzen, weil ich ständig geheilt werde. Ich meine nicht, dass ich mich beschwere, aber... Jetzt wird ne Runde gemessert hier. Zack! Ich bräuchte mal scheiß Tonfass, die fehlen mir noch. Tonfass? Ich glaub, die gab's in den ersten Leveln en masse. Ja, glaub auch. Hier drin ist, äh, 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 äh. Oder ein, äh... Nämlich selber, das andere Ding könnt ihr selber aufstellen, sonst klaut er mir wieder mal ein Medi-Pack. Ist das hier jetzt eigentlich das, äh, das letzte Gebiet oder kommt danach noch eins? Nee, ach so, das gibt vier Kapitel. Ich glaub, das war's danach. Ja? Ja, okay. Also vier in dem hier. Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach!